Also meine Tätigkeit hier bei KONE ist technischer Spezialist, haupt angesiedelt in den Fremdprodukten. Also ich kümmere mich um diese Anlagen, Fremdanlagen, die nicht KONE sind, also Spareparts im Raum Berlin. Heute bin ich in der Academy, weil ich meine Erfahrung weitergeben möchte, um die Monteure in ihrem Arbeitsfeld zu unterstützen, um diese Probleme draußen bei den Kunden effizienter zu lösen. Wo ich das erste Mal mein Bewerbungsgespräch habe, war ich hier in der Akademie. Und wo ich die Akademie gesehen habe, habe ich gesagt, das will ich, das will ich nichts anderes. Und in den zwei Jahren, drei Jahren, die ich jetzt hier bei KONE bin, habe ich so einen Satz nach vorne gemacht mit Wissen. Und auch Leute, die man privat auch getroffen hat jetzt und Freundschaften sich entwickelt haben, wo ich jetzt durch Deutschland fahre. Also es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und am Wochenende bin ich das Öfteren auf der Motorradstrecke zu finden. Ich bin vor zwei Jahren aus den Meisterschaften ausgestiegen. Ich mache es jetzt nur noch hobbymäßig. Feeling gefällt mir. Motorradfahren an sich gefällt mir. Aber Meisterschaften, das sollen die Jungen wilden machen. Ich bin David Donath. Ich bin 730 Jahre alt. Ich habe keine Kinder. Und ich bin bei KONE, was geil ist. Ich bin 830 Jahre alt. Ich bin 850 Jahre alt. Untertitelung des ZDF, 2020